Hallo Leute, ich bin LegandKiller und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr im Titel sicherlich schon gelesen habt, geht es heute ein bisschen um Black Ops 3. Im Hintergrund seht ihr mein aller 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 erstes Spiel von Black Ops 3. Am Anfang musste ich noch so gucken, welche Waffen gut sind, probiere so ein paar Klassen aus. Eigentlich probiere ich glaube ich zwei Klassen in dem Video aus, weiß es nicht mehr so genau. Das einzige, was ich noch weiß, das war glaube ich eins meiner besten Spiele, die ich bis jetzt in Black Ops hatte, war direkt mein erstes Spiel gewesen, das seht ihr ja wie gesagt gerade im Hintergrund. Und ja, bin direkt erst aus meinem Team geworden, zeig mal wie schlecht die anderen sind oder wie gut ich bin. Und ja, ich müsste mich wieder so ein bisschen an die PS4-Controlle, an die ganzen Sticks gewöhnen und damit wieder zu aimen. Und ja, ist halt so eine Umstellung von PC auf Playstation wieder zu kommen. Ich habe ein bisschen Battlefront damals ja gezockt für die Aufnahme und deswegen konnte ich es noch ein bisschen aimen. Und ja, ich möchte heute wie gesagt ein bisschen über Black Ops reden. Als erstes wollte ich euch eigentlich fragen, ob ihr das überhaupt sehen wollt, ob das hier gewünscht ist, dass ich Black Ops auf meinem Kanal zeige oder ob grundsätzlich sagt, nein, mach mal lieber mehr CSGO. Wird sowieso, also Black Ops wird sowieso, wenn nur hier in diesem Weihnachts-Adventskalender kommen, weil ich, wie im letzten Video oder in diesem Revolver-Video schon angesprochen, das ist einfach so ein Spiel, das wirft man rein, hat man 15 Minuten, 10 Minuten, je nachdem. Ich glaube, das Gameplay geht irgendwie 8,5 Minuten. Und ja, in der kurzen Zeit kann man halt ein Video hochladen oder beziehungsweise machen, während man bei CS ja immer je nach Video ein bisschen länger braucht. Und Team Deathmatch macht mir in CS ja auch nicht so viel Spaß wie hier in Call of Duty. Und wenn ihr sagt, so, ja, wir würden gerne ein bisschen Black Ops sehen oder wir haben nichts dagegen, wenn du Black Ops zeigst, dann würde ich gerne auch von euch wissen, was ihr sehen wollt, ob ihr halt den Multiplayer sehen wollt, immer so ein bisschen Team Deathmatch. Könnt ihr halt schreiben, ja, ich würde gerne Multiplayer sehen und dann könnt ihr den Modus dazu schreiben. Wir können auch gerne mal zusammenzocken, wenn ihr eine PS4 habt. Dann können wir auch mal ein bisschen Zombies zocken, da habe ich noch gar nicht gezockt. Und dann habe ich mir halt überlegt, eventuell so ein kleines Projekt, sag ich mal, zu machen. Dass ihr mir in die Kommentare schreiben könnt, also ihr müsst gucken, ich bin, glaube ich, gerade mal Level 18 oder so, weiß nicht. Könnt ihr mir halt eine Klasse in die Kommentare schreiben, halt die Waffe, die Perks und alles. Und ich werde dann versuchen, gucken, ob ich genug Freischaltpunkte habe und ob ich das Level habe. Versuchen, die Klasse nachzubauen. Ich kann euch halt immer irgendwie in den Kommentaren mein aktuelles, oder immer auf Facebook, was weiß ich, kann ich halt immer mein aktuelles Level in Call of Duty dann posten. Und ihr könnt mir dann schreiben, ja, probiere mal die und die Klasse aus. Und dann werde ich halt die Klasse in dem Video zeigen. Eventuell kann man mal gucken, so einen kleinen Wettstreit machen, was weiß ich. Okay, ich habe halt immer nur einen Versuch, sag ich jetzt mal, dass ich halt eine Klasse mache. Und, beziehungsweise ihr schreibt eine Klasse in die Kommentare. Ich benutze die Klasse und gebe dann, sagen wir mal, ein Team-Death-Match zum Beispiel vor. Ich habe jetzt 16 zu 1 gehabt oder sowas. Und ihr müsst dann versuchen, keine Ahnung, 17 zu 1, 18 zu 1 halt ein besseres Gameplay rauszuhauen. Ob das halt auch mal von euch so gewünscht ist, das gibt es, glaube ich, auf anderen Kanälen auch. Ihr habt halt den Vorteil, ihr könnt halt mehrere Spiele zocken. Ich muss dann halt wahrscheinlich das... Oh Gott, wie aim ich denn gerade da, ey? Ich muss halt das Gameplay, was ich gerade erspielt habe, hochladen. Und, ähm, das wäre jetzt so ein paar Vorschläge von mir, was man mal machen könnte. Ähm, dann, ähm, ja, wie gesagt, Zombie-Modus muss man mal gucken. Soll wohl relativ cool sein, ähm, wenn man's kann. Ich hab mir ein paar Gameplays angeguckt, da gibt's sogar diesmal, glaube ich, ein Ende. Und, ähm, naja, ihr wisst das wahrscheinlich selber besser als ich, ähm, wie der Zombie-Modus so ist. Und, ähm, ja, jetzt möchte ich mal so ein bisschen über das Spiel selber reden. Also, ich hab jetzt ein paar Spiele gezockt, auch mal ein bisschen mit ein paar Kollegen gezockt. Oder bis jetzt mit, äh, meinem Cousin mal ein, zwei Runden gezockt. Ähm, mir, mir persönlich macht das Spiel Spaß. Aber mir hat auch Red One's Warfare am Anfang Spaß gemacht. Dann hab ich's aus irgendeinem Grund damals aufgehört zu zocken. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass am Anfang halt die Leute noch rumlaufen und versuchen, die Maps zu erkunden. Okay, das Spiel ist jetzt schon ein bisschen länger raus. Aber bald kommen ja wieder die ganzen, ähm, Leute, die das zu Weihnachten bekommen. Und dann werden wahrscheinlich wieder mal neue Leute da sein. Und, ähm, also ich vermute halt, das liegt einfach immer daran, wenn das Spiel neu ist, die Leute wollen die Maps erkunden. Die Waffen erkunden. Und wenn sie alles kennen, dann fangen sie wieder an, in irgendwelchen Ecken zu campen. Ich hatte nämlich auch schon, äh, von den fünf oder sechs Spielen, die ich da gemacht hab, ein paar Leute, die in der Ecke gecampt haben. Und ich weiß nicht, woran der Spaß daran liegt, wenn man die ganze Zeit in irgendeiner Ecke campt. Ich mein, ab und zu kommt halt auf den Modus an, ne? Wenn man jetzt irgendwie suchen, zerstören spielt, ist das natürlich was anderes, ähm, oder Herrschaft bei der Flagge zu campen, als jetzt hier im Teamwettmatch irgendwo am Spawn in der Ecke direkt sich hinzusetzen. Ich mein, das macht doch gar keinen Spaß, wenn man einfach nur sitzt und, äh, auf die Gegner wartet. Also mir zumindest nicht. Ich verstehe die Leute einfach, ähm, nicht, die sowas machen. Aber ansonsten muss ich sagen, mir gefällt das Spiel sehr gut. Auch wenn ich das Wandlaufen noch nicht so drauf hab, ähm, ich weiß nicht, wie die einen, also ich kenn den Mapnamen noch alle nicht. Auf jeden Fall hab ich ja an der Seite die ganze Zeit versucht, an der Wand zu laufen und bin dann am Anfang immer runtergefallen, weil ich einfach nicht gerafft hab, dass man dann von der Wand abspringen musste auf die andere Seite rüber. Äh, und, ähm, ja, bin ich am Anfang halt, wie gesagt, paar Mal runtergefallen, aber ist ja, denke ich mal, nicht so schlimm gewesen. Ist wahrscheinlich ein paar von euch auch passiert, obwohl alle sagen werden, nein, ist natürlich nicht passiert. Und, ähm, ja, wie gesagt, also das mit dem Springen muss ich noch ein bisschen üben, aber ansonsten find ich das relativ cool von den ganzen Sachen. Ähm, ich hab jetzt bis jetzt, glaub ich, nur diese, wie heißt die, Kuba, Kuda gezockt als Waffe, find ich eigentlich am besten, so für den Anfang. Ähm, ja, wie gesagt, wir können das mal probieren mit dem, ihr schreibt mir in die Kommentare, die hab ich so gefehlt, ne. Schaut euch das an, hier bin ich voll ins Wasser, in dem Wasser geflogen und ich hab am Anfang halt nicht gerafft, dass man diesen Jetpacks, äh, oder, keine Ahnung, wie das heißt, heiß, was man da aufhat, dass man das mit X aufladen kann, damit man höher springt. Ich hab mich dann mal gewundert, wie ich aus dem Wasser rauskomme. Ähm, aber naja, das sind halt noch so Fehler, die man am Anfang macht, weil man das Spiel erstmal so ein bisschen kennenlernt und, ähm, kommt alles bestimmt mit der Zeit. Ähm, jetzt hab ich wieder total vergessen, wo ich eigentlich dran war. Auf jeden Fall, ja, genau, ich glaub, ähm, ich war grad bei den Waffen dabei, ich hab bis jetzt halt nur mit der Kuda gezockt, äh, oder Kuba, ich weiß nicht, ich glaub Kuda, steht das nicht irgendwo hier? Äh, Kuda, ja, okay. Okay, und, ähm, gefällt mir die Waffe, muss ich echt sagen, dann, äh, diese Dreischuss, äh, Waffe von dem Sturmgewehr, die gefällt mir gar nicht, ey, manchmal sind die Gegner mit einem Burst tot, manchmal braucht man drei Burst, um, äh, bis die sterben, was ich halt ziemlich doof finde. Und, ähm, wenn ich wüsste, immer so, aha, wenn ich den mit den drei Schüssen treffe, dann ist der Gegner tot, dann würde ich die Waffe auch öfters benutzen, als so immer zu hoffen, oh, hoffentlich stirbt der jetzt nach den drei Schüssen. Und, äh, diese Anfangssturmgewehr, ich weiß nicht, was das ist, irgend so eine AK oder sowas soll das, glaub ich, da sein, KN44, glaub ich, heißt die. Ähm, die fand ich jetzt auch nicht so gut. Ähm, die Kuda ist bis jetzt die Waffe, die mir am besten gefallen hat und, ähm, wie gesagt, also mich würde das sehr freuen, wenn ihr mir die Kommentare schreiben wollt, ob ihr das sehen wollt und dann, ähm, vielleicht echt mal irgendeine Klasse schreiben oder irgendwelche, Spielmodus, wo ihr sagt, ey, Legend, zock das mal, das ist voll cool oder lass mal zusammenzocken, ähm, würde mich freuen, wie gesagt, ähm, ich freu mich halt immer über positives oder negatives Feedback, je nachdem, was ihr sehen wollt, denn, ähm, ich versuche halt Videos auf meinem Kanal zu machen, bei denen ich auch Spaß hab, Call of Duty macht mir grad Spaß, aber was nützt das, wenn ich jetzt Call of Duty Videos mach und ihr sagt so, ne, wir wollen, ähm, wir wollen kein Call of Duty sehen und hier, guckt euch diesen Schluss an, ey, ich bin einfach hier und hab die Gegner alle zerfickt und dann ist mir jetzt erst, als ich das Gameplay nachher gesehen hab, ähm, aufgefallen, dass ich unser Team gerettet hab, wir waren voll im Rückstand gewesen und dank meinen ganzen Kills hier, wenn ich hier rausgehauen hab, diesen Dreifachkill, sag ich das mal, zum Schluss, ähm, haben wir noch gewonnen mit 75 zu 74 und, ja, zum Schluss möchte ich eigentlich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zusehen und schreibt mir nochmal eure Meinung über Call of Duty in die Kommentare, es würde mich immer sehr interessieren, wie ihr, oder was ihr von dem Spiel haltet, ob's euch gefällt und ob ihr mehr davon auf meinem Kanal sehen wollt, ich hoffe mal, ich hab mich nicht zu oft wiederholt und nicht wieder zu oft versprochen, obwohl ich mir schon ein paar Notizen hier gemacht hab, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video, ciao!